Darf ich dann eben bitte vorbei? Ja, natürlich. Dankeschön. Danke sehr. Warten Sie, was Sie möchten. Oh, alles Bargeld bitte. Ja, mache ich das auch. Oh, Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte. Ja, ja, so Motorradmessen sind gefährliche Sachen, völlig in sich versunken, laufen und stehen Leute herum, so wie ich. MV Augusta, das war zu meiner Zeit war das noch ein Name, den man kannte. Ich filme jetzt hier einfach mal so stellvertretend quer durch den Gang, weil hier gibt es so viele Zwischengänge, so viele Stellen, die kann man nicht alle ablichten, deswegen tue ich es gar nicht erst. Bis zum nächsten Mal. Das ist schwer mit dem Kuschlinge, ne? Das ist schwer mit dem Kuschlinge, ne? Sogenannte Youngtimer sind so gar nicht meins, weil in meiner Jugend fuhren die Dinger ganz normal auf der Straße rum. Trigger, trigger. Das braucht ein gutes Auto, eine angemessene Zahl von Tröten vorne dran. Der Kuschlinge freig liegt mit dem Kuschlinge. Der Kuschlinge freignt. Das hat sichure heitatmacht. Der Kuschlinge north! Der Kuschlinge! Der Kuschlinge! Der Kuschlinge! Vielen Dank. Vielen Dank.